Ähm, dann auf einem Starten. Dann muss ich noch kurz zurecht drücken. Ma, die stellen mich schon die ganze Zeit vor der Kamera so hin. Aha? Aha? Hallo und herzlich willkommen zurück zu neuen Folge. Und mein Gott, nein. Und man hört, Jonas ist immer noch heiser. Und ich hol mir jetzt hier Milch, weil wir können jetzt das Ultimate Crunch machen. Es wird wieder die Folge, wo super viel passiert. Was passiert? Ja, aber wir haben schon direkt ausgerechnet, was wir alles machen können. Weil wir könnten versuchen, uns eine Verzauberungssicht zu machen. Aber erstmal kommt hier ja eine Kuchen hier. So, Milch, Milch, Milch. Warte, sind die Eimer dann weg? Äh, nein. Oh doch. Ja, aber egal. Das brauchen wir sowieso. Ach, man sollte vielleicht erstmal das Zucker machen. Ich dachte mir so, mach das in der Aufnahme. Dann ist das viel cooler, dann kriegen das alle mit. Und jetzt bin ich, jetzt habe ich drei gemacht. Was eine Verschwendung! Och, Mann. Was mache ich denn hier? Ich mache hier diesen komischen, mega hässlichen Regenbogen hin. Da, 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 da. Das finde ich auch so geil. Die Lüge, das finde ich echt geil. Guck mal, du hast den zurückgekommen. Ja, diese Anspielung von Portal, das ist so geil. Ach, habe ich! Ey, warum machst du das jetzt eigentlich wieder? Jetzt hast du wieder dran gemacht. Ja, weil ich das gecraftet habe. Du gehst jetzt mal nach oben und ich mache hier die zwei Monumente. Weil wir haben nämlich, um das zu erklären, wir waren unten und haben auf diesem Grasblock eingelückt, dass wir die nicht abgebaut haben. Ja, weil da haben wir dann so ein bisschen gefarmt, also Knochenmehl draufgeklatscht und dann kommen da ja so Blumen raus, die man dann als Farbstoff verwenden kann. Und das ist einfach Perfekto. Genau. Und damit haben wir jetzt Rosa gemacht mit, mit, ähm, Wei... Mit Rot und, äh, Knochenmehl. Und weiß. Genau. Mit Rot und Blau. Ja, das war ein bisschen aufwendiger. Also man musste halt Lapislazuli haben, man musste... Kann sein, dass Violett doch nicht Magenta ist. Wieso? Weil ich es gerade drauf gesetzt habe und nichts passiert. Oh nein! Voll der Scheiß. Ja, weil wir haben überlegt, weil da steht ja Magenta und so, aber im Deutschen gibt es ja pink und rosa und deswegen... Es sollte vorher gehen, was es da ist. Deswegen haben wir uns... Ne, warte, stimmt gar nicht. Oh, Schweine! Perfekt! Nein, das eine geht wieder direkt hinein! So, ich schub's dich schon mal rein. Hallo. Hallo, da. Du fühlst dich wohl, ne? Du fühlst dich wohl, ne? Du Kleines. Watch, watch. Guck mal, das ist die ganze Rosa. Das heißt, du hast es wohl gelehrt. Kiste! Ja! Wieso kriegst du eigentlich immer die Kisten? Weil du immer die Achievements kriegst. Ja, okay. Stimmt auch. Sokawoah! Uh! Toys! Ja, mega. Brauchen wir gar nicht mehr, okay? Wir sind geil! Brauchen wir nicht! Aber ich denk, dieses, ähm, das Sniper-Dual-Achievement wird noch richtig scheiße. Ja. Oh Gott! Meins! Das können wir dann ja versuchen in einem Livestream zu machen oder so. Ja, das können wir nicht machen. Du stehst... Nein! Was machst du? Du machst unsere Leiter kaputt. Ja, okay. Aber so können wir's lassen. Oh Gott, ey! Inkompetent! Da ist Erde! Wo? Da! Eins zählt weiter hinten! Guck mal nach dem Sand! Ah! Boah, mein Gott! Siehst du's? Sogar drei, glaub ich. Ne... Ach so! Oh, ist das cool! Aha! Da wird man ja richtig froh um seine Seele herum! Okay. Da wird einem das Herz richtig warm. Genau. So, ich bring das Holzgedöns jetzt erstmal hier runter. Ja, okay, das ist jetzt nicht unbedingt so nötig. Ich mein, man kommt ja trotzdem damit warm. Egal, trotzdem schick. Ah, sieht aber schick aus! Soll ich Essen weg tun? Ich hab immer das Gefühl, dass wir wieder welche verlieren. Weil wir haben ja voll viele Schüsseln verloren, sodass wir dann nachher nur noch vier hatten oder so. Das war ja so richtig heiße. Dann hat sie sich extra dafür neu gecraftet. Ja, mir hat das einfach so in meiner Seele wehgetan, wisst ihr. Das ging einfach nicht. Boah, das hier ist... Hä, wo ist die Truhe? Ist die ganz weg, oder wat? Was denn? Ja, die ist ganz weg. Och, nö. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Ich dachte, du jetzt wenigstens eine neue hingesetzt. Nö. Hm. Ah, nö. Ist mir scheißegal. Boah, hier unten sind gar keine Monster mehr. Was ist das denn? Geld und Oben sind voll viele. Hä? Muss man das verstehen? Versteh es nicht. Aber ist auf jeden Fall geil. Weil dann nerven die hier schon mal nicht mehr. Dann könnten wir mal da hingehen und das ganze Gold abbauen. Weil dann kriegen wir endlich mal... Boah, ich geh gerade so in Ekstase so... Oh yeah, yeah, yeah! Merkt man gar nicht an meiner Stimme. Ähm... Ja, weil dann könnten wir uns diesen OP-Abfilmer machen. Das wäre ja so geil. Boah. Ja. Boah, das macht mich gerade so glücklich. Wir sind richtig produktiv! Boah, hier ist fast alles frei. Wollen wir vielleicht mal runter gehen? Weil wir können jetzt eigentlich mal den Spawner suchen, wenn hier schon nichts los ist. Weil hier spawnen ja andauernd diese Zombies, ne? Also können wir das ja eigentlich auch mal machen. Haben wir irgendwie aus Versehen auch friedlich gestellt und es nicht bemerkt oder so? Nein, das kann nicht sein. Weil da steht ja schon ein Zombie, ne? So. So ein 1. Jups, jups. Okay, guck mal. Also da sind ein paar, aber da sind auf keinen Fall so viele wie das letzte Mal. Ich hab wohl keine Steine dabei. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir da was erwirtschaften. Ich mach mal das hier weg. Ich hab ganz viel. Warte, ich geb dir was. Wir können ja... Achso, ja. Merci. Das sind aber keine Steine! Oh, damit bin ich verdient. Egal, du nimmst was du kriegst, ey. Boah, Bitch. So. Da kann man ja rüber. Das würde ich auch eigentlich ganz gerne machen. Ah, guck mal. Da in der Nähe muss das irgendwo sein. Aber, oh, das hasse ich ja meist, wenn die uns jetzt runterschießen. Aber wir können ja nicht so tief fallen. Und ich hab auch mal ein schickes Eisenschwert hier dabei. Mach hier mal auf. Ich hab keinen Bock, mich runter zu stürzen. Was ist das denn hier alles? Das ist ja ein hässliches Gebilde. Das ist ja mega hässlich. Aber ist ja egal. So. So. Okay. Soll ich vielleicht auch mal runterkommen, oder? Ja. Oh, warte. Oh Gott, oh Gott. Moment, warte, 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 warte. Hilfe. Hilfe. Warte. Ach, hier ist Born. Nein! Scheiße. Sorry. Ich hab keinen Abstoff dabei. Oh, nein. Okay, warte. Ich geh gleich runter, ja? Geh weg! Ich bin am Block entsetzen! Hä? Oh, Mann. Jetzt geh doch einfach mal weg. Geh doch. Oh, Gott. Da sind... Boah, erschreck mich doch nicht, du kleine Bitch. Boah, ey. Ist voll grad die Panik hier. Mir wird grad richtig warm. Oh, jetzt ist hier auch noch so ein Skelett, waah. Ich hab mich abschieben. Mir ist schon die ganze Zeit warm, weil ich erkältet bin. Also, nur damit ich's wisst, ich bin nicht irgendwie mega heiser, weil ich, ähm... Weil du die ganze Zeit warst. Party gemacht hab oder so, sondern, ähm, weil... Ich geh jetzt mal hier runter. So, du musst jetzt auch auf jeden Fall kommen, ja? Weil die... Ey, ich hab noch eine... Die machen richtig viel Scheiße. Scheiße. Oh Gott, ich muss hier weg. Oh, nein! Lissi macht immer so Panik, so... Oh Gott, ich sterbe und so. Hallo, ich bin gestorben, ja? Okay. Und wir müssen da sofort runter, weil ich hatte richtig geile Sachen. Und wenn du wieder die sponnt, dann bin ich pisst, okay? Ich nehme mal das Zeug. Hallo, 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 hallo. Oh, da ist einer mit dem Schwer da los. Der behindert. Oh, Hilfe! Ja, genau! Scheiße, Mann. Und es waren übrigens unsere Eisenschwerter, die die in die Hand hatten. Was? Ja. Ernsthaft? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wie scheiße ist das denn? Die Sammelsachen, die auf dem Boden liegen, halt keine festen Objekte, aber... Nö. Nachher haben die alle unsere Sachen und dann haben wir gar keine Schwerter, die wir kriegen können irgendwie. Das war richtig scheiße. Komm schon. Bitte. Ich habe sehr viel rumgebracht dieses Mal. Okay, so. Ich sag mir jetzt... Oh, hier ist auch Zucker vorbei. Was? Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus, weil die da dumm rumhängen. Ja, natürlich! Ey, das geht ja gar nicht mehr. Okay, hier ist gerade mal Ausnahmsweise... Ah! Hier ist mal gerade keiner und dann spawnt der einfach in meinem Gesicht drin. Also, da muss auf jeden Fall irgendwo... Oh, fuck! Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Hey, danke, dass du gewartet hast. Ah! Du hast mich runtergeschubst. Ich habe doch gesagt, oh, hier ist gerade keiner und dann hätte mich runtergeworfen. Kleine Bitch. Ah! Wer hatte diese glorreiche Idee, dass wir die bekämpfen? Ähm, ich nicht. Scheiße, ich krieg hier gar keine Sachen! Das klappt zu warm! Säure ich jetzt tun und das säure ich jetzt lassen! Oh, ich bring noch schnell den, um der mein Schwerd platzt. Du musst mein Sniper-Typ sein! Yeah! Fuck! Okay. Bam, bam, bam! Scheiße, wir brauchen echt eine Treppe! Oh, fuck, man! Hi! Ich lebe noch! Fuck! Was, man? Okay, so bin ich gerade... Oh! Boah! Boah! Gott! Boah, wo kommen die denn her, die kleinen Arschgesicht? Die andere Höhle hat mir besser gefallen, die war nicht so asozierend, scheiße. Ja, jetzt? Jetzt kommen die hier wieder hoch, wa? Okay, so, ich hab jetzt... Nein! Jetzt kommen die alle hin! Hilfe, Jonas, Hilfe! Jetzt gehen die bestimmt unseren Weg hoch und töten uns selbst oben. Scheiße, jetzt haben die mich wieder runtergeworfen. Ja, es kommen einfach noch 10.000! Okay, ich kacke gleich den mit dem Eisenschwert tot, glaube ich. Oder die drei mit den Eisenschwertern. Was ich jetzt mal mache. Nee! Das ist voll eintönig hier, aber egal. Oh, perfekt! Der mit dem Eisenschwert ist tot. Aber jetzt kommt wahrscheinlich ein anderer und nimmt das einfach wieder. Und nimmt das wieder, ja. Ah! Oh, Mann, ey! Was, was ich gerade gefunden habe? Was, ey? Ein Eichensetzling. Wow! Echt jetzt? Wo? Äh, weißt du noch oben, wo ich zur ganze Zeit oben gespawnt bin? Ach so, ja! Da war doch weiter hinten so ne Kiste. Ich hab das Schwert! Ich hab das Schwert! Ich hab das Schwert! Ich hab das Schwert! Scheiße! Nein! Ich hätte das Schwert gehabt! Ach, ich bin gerade auch hier oben. Huch! Schön! Hatschka! Hatschka! Ich lenke die ab! Oh, pass auf! Ja! Der mit dem Eisenschwert ist tot! Sehr gut! Der nächste mit dem Eisenschwert ist tot! Ja! Soll ich hier auch runterkommen? What the heck? Was ist das? Ein Hühnchen? Hä, das ist ein Hühnchen? Wo kommt das her? Was ist das denn? So ein Killerhühnchen oder was? Okay, ich hab das Eisenschwert. Ach nee, warte, der kleine Zombie hat das irgendwie in der Hand oder so? Ich bin einfach mal ein Stock tiefer gelandet. Fuck! 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 Scheiße! Ich hatte das Schwert! Und ich kann mich wieder nicht bewegen! Nein! Hä, ich bin gestorben, weil ich da hängen geblieben bin oder was? Wir müssen uns einfach beeilen, damit wir das Schwert noch schnell kriegen. Okay, warte! Okay! Ich hab das Eisenschwert! Zehn neue Sachen auf einmal! Ah! Das ist noch einer mit dem Eisenschwert! Okay! Warte! Die mit dem Eisenschwert sind tot! Fuck! Okay! Los Jonas! Power! Jetzt schnell weg! Ich weiß, ich weiß! Fuck! Ich find das direkt nicht mehr! Scheiße! Ah! Nein! Ich hab mal bis erst... Nein! Ich hab's fast geschafft! Scheiße! Wir schaffen das jetzt! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Machst du die Oma-Version davon? Hä, was? Die Oma-Version? Wunderschön! Warte! Ich bin aber grad, glaub ich, an einer ganz guten Stelle! Ah! Fuck! Jetzt kommt da einer von hinten! Scheiße! Geht weg! Geht weg! Oh! Hier ist ganz viel in der Ecke! Warte! Hier ist der Weg, oder? Nein! Ich hab doch einen Weg ge... Nein! Na! Putze! Putze! Mann! Ich mach immer so stumme, dramatische Blicke in die Kamera so... Was meinst du? Ein Creeper! Scheiße! Das war der, von dem ich davor gesagt hab! Creeper! Ja! Ja! Nur das ist kacke, weil ich hab halt nix dabei, womit ich gegen ihn kämpfen kann! Und jetzt kommt auch noch ne Spinne! Ja! Richtig geil! Ja! Das ist noch ein Creeper! Hey! Verarschst du mich eigentlich? Was ist das denn jetzt? Oh Gott! Das wird einfach nicht weniger! Boah! Zum Glück! Panik! Boah! Ich glaub wir müssen ja auch mal alles zubauen! Das geht gar nicht! Okay! So! Ich komm jetzt mal runter! Puh! Aber warte! Spring nicht direkt da rein! Ja! Wir versuchen das jetzt mal anders! Wir machen uns jetzt einen schönen Abgang wirklich! Warte! Guck mal hier! Ich kann ja hier! Jetzt sind wir aber! Guck mal! Wir haben schon fast einen Weg! Ey! Guck mal Jonas! Wir haben fast einen Weg! Yipsi yaps! So! Wir haben doch jetzt garantiert schon die ganzen Items verloren! Ich weiß es nicht! Ey! Dummes, kleines Kack! Das kann doch nicht sein! Oh! Ohne Witz ey! Ohne Witz! Ohne Witz! Das ist mir jetzt gerade! Das ist jetzt gerade! Eigentlich war ja unser Ziel die Teile wegzuklatschen! Und jetzt klatschen die uns einfach die ganze Zeit weg! Nö! Wir sind ja noch schwer da! Ach das war nicht! Ach Gott! Also ich hoffe ihr verzeiht mir das jetzt! Ha! Aber sonst wären wir hier noch eine Viertelstunde länger gestanden! Ja ja das kann gut sein! Ja ja! So und dann stellen wir uns kurz woanders hin! Aber wollen wir nicht dann kurz noch ein bisschen ausdecken wenn wir schon einmal hier sind! Ach guck mal was ich gefunden habe! Was? Unter dem Ton! So voll zufällig! Oh ne wa! Was für ein Scheißdreck ne! Oh Gott! War das ekelhaft! Ne sorry also! Ne! Das muss einfach manchmal sein! Weil das ist doch gerade ekelhaft! Ich mein so was kann man doch nicht spielen! Und wenn dann die ganzen Items weg sind dann ist das einfach nur frustrierend Kinder! Wir haben aber keine Spitzhacke das heißt wir können ihn nicht kaputt machen! Ich mein wir können auch eine halbe Stunde mit den Händen drauf klatschen ne! Das ist voll die gute Idee! Ah! Aber du kannst schon mal in der Ecke da gucken weil da müsste eigentlich auch was sein! Und wieso haben wir jetzt Eisen eigentlich? Es hatte doch niemals Eisen mit einem Betar oder? Doch! Ich hatte vielleicht! Oh Jonas! Boah war das ne Kacke! Boah! Boah war das ja gerade stressig! Es sei ja richtig ekelhaft! Ich mein ihr habt es selber gesehen ne! Also jetzt nicht sagen ich glaube ihr hättet das selber gemacht! Es wird wieder so sein dass ich dann so die Hälfte der Folge im Endeffekt jetzt vollgespult und haben so tete 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 wo wir so tausendmal gestorben sind! Ja glaube ich auch! Oh Mann! Jetzt haben wir so viel Sachen verloren! Und wir so am Anfang direkt so voll zuversichtlich so ah wir machen jetzt das und das und das und das! Während ich diesen Aufzug hochgehe, diesen ewig langen Liadenaufzug kann ich mich immer so in der Kamera gucken so ah ja! Wie seh ich aus? Ah! Und so! So ich pack hier jetzt die Scheiße schonmal zu! So! Da können die mich nämlich von hier aus anglotzen aus dem Gefängnis! Ha! Luschen! Und äh! Ich mach! Oh ich seh hier auch nochmal Ton! Ja! Nämlich so! Ja! Ja! Wir brauchen nämlich ganz dringend! Okay! Also ich hab jetzt noch was für zwei ganze Tonblöcke! Ja! Ja! Das ist gut weil dann haben wir glaube ich genau genug! Das ist ja perfekt! Nee! Es geht jetzt aber nicht! Ja! 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 Okay! Ich bin traurig! Aber wir haben jetzt bestimmt wieder die scheiß Schüsseln auch noch verloren! Ich hab nur eine! Ich hab auch keine! Die Schüssel! Nein! Die Schüsseln! Haben wir jetzt gar keine mehr? Und wir? Keine Ahnung! Oh doch wir haben noch welche! Puh! Ja dann können wir mal die Folge beenden! Okay! Gut! Oh ich hab ihn gefunden! Ja perfekt! Oh jetzt haben wir die scheiß Spawner weg! Jetzt kann man da auch endlich mal reingehen! Oh! Boah! Ich hab echt aggressiv gemacht! Also wirklich! Glaubt es uns! So hätten wir auch nicht zu diesem Mitte gegriffen! Oh! Okay! Aber dann würde ich sagen wir beenden hier die Folge! Ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht! Wir bedanken uns fürs Zuschauen! Genau! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Au revoir! Bye!